Aloha! Hallo meine wundervollen Zauberseelen. Ja, eine etwas energetisch entspanntere Woche steht uns bevor. Herzlich willkommen zum Reading für den 13. November bis 20. November. Ja, was uns bevorsteht, schauen wir uns gleich nochmal genau an. Ich habe euch ja schon vorinformiert, dass demnächst einiges an Kongressen stattfinden, die ich euch empfehlen möchte, wo ich selber auch dabei bin als Expertin. Und ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass am 16. November der Work-Life-Balance-Kongress startet von der lieben Bettina Behrens. Mega cool. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich für mich dieses Work-Life-Balance-Thema zum einen auf mein Leben ausgewirkt hat, als ich in meine Depressionen gekommen bin oder in meine depressive Phase gekommen bin und wie ich meine Work-Life-Balance verändert habe, damit ich da rauskomme. Genau, und das finde ich ganz, ganz spannend. Und neben mir sind ganz, ganz wunderbare Experten und Expertinnen dabei, die eben auch genau dieses Thema ansprechen, wie man für sich Work-Life-Balance kreieren kann, noch besser mitmachen kann. Und es ist ein Mitmach-Kongress. Da bin ich schon sehr gespannt. Da hat die Bettina sich was einfallen lassen. Deswegen kann ich es euch auch deswegen schon mal wärmstens empfehlen. Den Link findet ihr wie immer unterm Video beziehungsweise in den Shownotes. Und eine Woche später, am 23. November, startet der Selbstermächtigungskongress. Ein Kongress, den ich vor allen Dingen unseren Empathen und Hochsensiblen hier in meinem Kanal und in meinem Podcast empfehlen möchte. Einfach, weil gerade dieses Thema der Selbstermächtigung unheimlich wichtig für uns ist, weil wir uns ja oft so belastend und überladend fühlen von den Energien der anderen und oder überhaupt von den allgemeinen Energien, die um uns herum sind und was es eben braucht, um in diese Selbstermächtigung zu kommen. Finde ich eine wunderschöne, wunderschöne Idee. Freue mich schon riesig drauf, dass der startet. Auch hier findet ihr den Link unter meinem Video beziehungsweise in den Shownotes. Ja, das war es jetzt erstmal von den Ankündigungen im Vorfeld. Und jetzt steigen wir mal so richtig ein. Diese Woche haben wir tatsächlich keinen Vollmond, keinen Neumond, sondern lediglich, lediglich, das klingt jetzt schon so komisch, auch wenn der bestimmt auch seine Kraft und seine transformative Energie mit uns teilt, einen Portaltag am 18. November. Und was der uns bringt, habe ich uns hier oben, also für die, die uns zuhören, habe ich extra einen Stapel wieder für den Portaltag. Mit dem werden wir auch gleich starten. Dann habe ich hier wieder den allgemeinen Stapel für uns alle, was die Energien diese Woche angeht. Und dann haben wir hier links die weiße Blume, in der Mitte die lilane Blume und rechts die Regenbogenblume. Deswegen, wie immer ihr kennt es, kurz anhalten. Wenn ihr nochmal reinfühlen wollt, fühlt mal rein, wie viele der Blumen euch ansprechen und wie viele, welche davon es sind, die dann eure persönliche Botschaft für diese Woche mitbringen. Alles klar, meine Lieben, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, mit den Portaltagen, mit dem besonderen Portaltag und was dieser uns bringt. Und da haben wir hier von den Drachen die Botschaft. Erzengel Gabriel bringt Läuterung, Selbstdisziplin, wird den Aufstieg beschleunigen und Freude bringen. Du kannst Erzengel Gabriel Diamanten tragen. Also jetzt, wie sagt man, für die, die jetzt nicht unbedingt so etwas wie Erzengel Gabriels Diamanten zu Hause haben. Es geht um die energetische Form davon, diese für uns zu nutzen. Also da einfach mal zu schauen, welche Energie das hat. Also für die von euch, die das schon kennen, eine Meditation machen mit der Intention, was diese besonderen Erzengel Gabriel Diamanten dir sagen möchten. Was bedeutet denn Selbstdisziplin, um den Auftrag, Aufstieg zu beschleunigen? Auch hier etwas, was wir selbst für uns definieren können. Denn Disziplin ist nicht nur dieses jeden Morgen um sechs oder jeden Tag um fünf, sondern Disziplin hat auch damit zu tun, dass wir einfach Dinge immer wiederholen und dranbleiben, es zu tun. Also eine schöne Erinnerung von diesem Portaltag. Die Aloha-Karten sagen uns für diesen Portaltag oder als Botschaft von diesem Portaltag Pono, Flexibilität, Harmonie, Weisheit. Was wirkt? Es war, es gibt immer mehrere Wege. Was ist effektiv? Sei flexibel und kreativ. Und ich liebe es. Ihr wisst ja, Pono ist eins meiner Lieblingsworte aus dem Hawaiianischen, weil sie diese göttliche Harmonie repräsentieren. Und da auch immer wieder zu gucken. Und ich finde es sehr schön, dass gerade diese Frage zum Schluss kommt, was ist effektiv? Sei flexibel und kreativ. Nicht immer bringt uns das Universum die Dinge in der Form, in der wir sie uns vorstellen. Manchmal möchte es auch in einer anderen Form zu uns kommen und uns selbst zu erlauben, dass es einfach kommen kann, wie es gerade richtig dafür ist und das zuzulassen. Das ist ein wahnsinnig schöner Punkt hier. Von den Starseed-Karten haben wir. I am sorry. Defenselessness, writing past wrongs, Uprooting. Also hier dieses Uprooting finde ich sehr schön, weil es heißt quasi im Endeffekt die Wurzeln nach oben schlagen, also dass die Wurzeln nach oben gehen, weil wir verbinden ja das Verwurzeln oft mit unseren Ahnen, dass es eben in die Erde hineingeht. Und dieses Uprooting geht natürlich auch nach oben in unsere Verbindung zu unserer Seele. Und hier geht es einfach tatsächlich um Themen, die einfach noch mal korrigiert werden wollen aus unserer Vergangenheit. Entweder weil wir vielleicht, vielleicht in unseren Augen etwas falsch gemacht haben oder uns etwas Falsches angetan wurde. Und dazu hilft es manchmal eben in die Vergebung zu gehen, manchmal aber eben auch in diese Annahme zu gehen, also annehmen, dass einfach Situationen stattfinden, wie sie stattgefunden haben. Und dann aber den Weg nach vorne hinaus zu gehen, zu schauen, okay, diese Erfahrung musste oder wollte gemacht werden. Was kann ich jetzt für die Zukunft tun, um es anders zu machen und es vielleicht ab jetzt einfach besser zu machen? Auch wenn ich dieses Besser und Schlechter und Fehler so ein bisschen schwierig finde, weil wir hatten ja gerade Pono und in Pono ist alles okay. Es ist nur die Frage, passt es noch oder möchte ich es verändern? Und das auch loszulassen. Also wir bleiben weiterhin in einer Loslassenergie. Es ist spannend, mal zu gucken, was diese Woche dann, dieser Portaltag dann auch bringt am Donnerstag. Dann haben wir hier Lord Shiva, Transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Also auch hier der Hinweis von diesem Portaltag, dass wir in unseren eigenen Rhythmus hineingehen dürfen. Also wirklich auch unsere, also hier dieses honor your inner force, liebe ich, also ehre deine innere Kraft und eben steh auf, ja, folge deinem, deiner inneren Stimme, deinem Rhythmus und achte darauf auf die Schritte, die, also steps are being given. Das ist so, dieses, das Universum gibt dir schon so einige Schritte vor und du darfst ihnen folgen, ja. Also darauf zu achten, was für Zeichen kommen. Und von den Superattractor-Karten, it's good to feel good. Oh, schaut mal, wie schön diese Karte ausschaut und wie schön auch die Farbenkombination, also für die von euch, die es sehen können. It's good to feel good. Es ist gut, sich gut zu fühlen. Also auch hier wieder eine Erinnerung daran, dass es okay ist, dass wir uns gut fühlen dürfen, ja, weil auch da weiß ich, dass einige Empathen und Hochsensible damit ein Thema haben, weil wir ja oft eher, ja, einfach in dem Energielevel der anderen sein wollen und uns dann schlecht fühlen, wenn es uns aber gut geht, weil, hey, wenn es allen anderen nicht gut geht, dann sollte es mir doch eigentlich auch nicht gut gehen. Genau, da habt ihr die Erinnerung. Es ist okay, es ist super, es ist gut, dass wir uns gut fühlen, weil wir sind auch die, die mit die Energie halten. Und wenn es uns gut geht, können wir viel besser die Energie für die anderen halten. Also erinnert euch da dran. Schöne Karten von diesem Portal-Tag. Dann schauen wir mal, wie er sich dann zeigt zu uns. Und ich lasse mal die Karte ganz oben. Und dann machen wir weiter mit den allgemeinen Karten für diese Woche. Und wir starten hier mit den Aloha-Karten. Karnaloa, Harmonie und Glück. Du bist verbunden mit allem Sein. Glück und Freude verstärken sich. Das Gute fließt reichlich. Ich lasse mal den Satz einfach mal sinken. Du bist verbunden mit allem Sein. Glück und Freude verstärken sich. Das Gute fließt reichlich. Braucht eigentlich nicht mehr zu sagen. Es ist eine schöne Affirmation für diese Woche sogar. Also wirklich in diese Energie zu gehen. Wir sind mit allem verbunden. Und so wie wir mit allem verbunden sind, darf sich das Glück und die Freude verstärken in alle Richtungen. Und desto mehr Freude, und das passt auch hier zu dieser Portal-Tag-Information, desto mehr Glück und Freude wir fühlen, desto mehr Glück und Freude können wir auch ins Äther hineingeben. Und desto mehr das von uns haben, desto mehr verstärken wir es auf der Erde. Also eine schöne Karte wirklich in die Allgemeinheit zu rufen und auch unseren Beitrag für das Weltgeschehen und für das Kollektiv einfach zu geben. Und da kommt auch schon Activated Earth, Power Places, Ley Lines, Trust, Where You're Led. Also hier auch die aktivierte Erde, auf der wir leben. Sie ist aktiv und sie zeigt uns, wo wir hin müssen. Sie gibt uns Zeichen. Das passt auch wieder zu den Zeichen, die wir vom Portal-Tag bekommen haben. Also es gibt, ihr habt ja bestimmt auch schon von den Kraftorten gehört, Power Places und den Ley Lines. Wer das noch nicht gehört hat, ihr könnt das gerne mal googeln. Ley Lines sind besondere Kraftlinien, die es auf der Erde gibt. Und da fließen auch einige durch Deutschland durch. Und die gibt es weltweit. Und manchmal werden wir zu solchen Linien hingeführt. Also hier, Trust, Where You Are Led. Also Vertraue darauf, wo du hingeführt wirst, es ist der richtige Moment zum richtigen Zeitpunkt, dass du deren Kraft benötigst. Also viel mal vielleicht spazieren zu gehen. Ich hoffe, dass das Wetter für uns passt, dass wir da auch wirklich, ja, aktiv vielleicht mal in die Natur gehen können und gewisse Plätze besuchen können. Dann haben wir hier von den Keepers of the Lights haben wir Charity, Prayer and Contemplation, Connect with Heaven, Ask and You Shall Receive. Also auch hier wieder, dass ich liebe diese Karte, wenn sie als Erinnerung kommt. Und die gilt für uns alle diese Woche wirklich immer wieder in die Verbindung zu gehen mit unseren geistigen Helfern. Und hier, Ask and You Shall Receive. Frage und du wirst erhalten. Desto öfters du darum bittest, desto öfters du sagst, was du brauchst, dem Universum, den geistigen Helfern, egal wie klein es dir vorkommt. Denk daran, das ist ein Muskel, den wir haben, den wir üben dürfen. Und die geistigen Helfer warten nur darauf, ja, dass wir ihnen sagen, hey, ich brauche Hilfe hier und da, damit sie uns unterstützen können. Und dann haben wir hier von den Superattractor-Karten. The more I attune my energy with appreciation, the more the universe will deliver. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, aber ich finde es trotzdem immer wieder schön zu hören und diese Woche scheint es auch nochmal für uns wichtig zu sein. Desto mehr wir uns mit der Energie der Dankbarkeit verbinden, desto mehr wird das Universum auch uns bieten. Desto dankbarer wir sind und damit meine ich jetzt nicht zehn Minuten in der Früh und zehn Minuten am Abend, sondern wirklich über den Tag verteilt immer wieder in die Dankbarkeit zu gehen für alles, was wir haben. Desto mehr wir das tun, desto mehr wird auch das Universum uns bringen. Warum? Weil durch diese Dankbarkeitsübungen, die wir über den Tag verteilt machen, geben wir dem Universum ein Zeichen, was uns gefällt und von was wir gerne noch mehr haben wollen. Und deswegen setzt sich dann das Universum noch mehr in unsere Energie hinein, also mehr in diese Schwingung. Ja, das waren die allgemeinen Karten. Ich glaube, es wird eine spannende Woche und dann haben wir hier, starten wir mit allen, die sich von der weißen Blume angesprochen gefühlt haben. Aloha! Piko Piko, Nabelzentrum, wie geht es deinem Piko? Lade dich mit Lebenskraft auf, verbinde dich. Also für dich, wenn dich die weiße Blume angesprochen hat, wird es wichtig sein, dich immer wieder mit deiner Lebenskraft zu verbinden. Das heißt, wo ist deine Lebenskraft? Was gibt dir Lebenskraft? Was gibt dir Energie? Und da immer wieder in die Verbindung damit zu gehen, ja, damit sich einfach dein Energiezentrum immer mehr verstärkt, ja. Also es ist wichtig für dich, dein eigenes Energiefeld und Kraftzentrum im Blick zu behalten. Von den Starseed-Karten haben wir für dich Portal. Doors are opening, you decide rewards. Wild Card. Wild Card ist immer so ein Ding, das ist so wie, als hätte man den Joker beim Kartenspielen. Das heißt, du darfst selber entscheiden und so wie es hier ist, werden sich für dich Türen und Tore öffnen, wo du dann selbst entscheiden darfst, in welche Richtung du weitergehen möchtest. Also es kommen, es öffnen sich Möglichkeiten, ja. Wenn diese Karte kommt, dann ist immer ein Zeichen darauf, dass sich Möglichkeiten öffnen. Dann haben wir für dich Lady Portia Divine Order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Also auch hier Folge deiner inneren Führung, also Folge dem, was sich für dich richtig anfühlt. Denn wichtige Lernerfahrungen sind gerade dabei, sich vor dir auszubreiten und du darfst sie für dich annehmen, wenn du magst. Also Folge immer wieder dem, was sich für dich richtig anfühlt, ist diese Woche für dich wichtig. Und von den Superattractor-Karten Manifesting is the creative process of aligning with the energy of the universe to co-create an experience that elevates my spirit and the spirit of the world. Ich, wow. Also manifestieren ist der kreative Prozess, dich mit den Energien des Universums zu verbinden, ja, mit ihm wirklich so in einer, ich weiß immer nicht, ich glaube mir fehlt immer die Übersetzung von Align, mit dem Universum gemeinsam etwas zu kreieren, ja, dass sowohl dein Spirit als auch den Spirit der Welt erheben wird, ja. Also dir das auch bewusst zu machen, das finde ich immer wieder wichtig und ich finde es spannend, dass es hier auch nochmal kommt und ich würde sagen, das gilt eigentlich für alle, aber jetzt spezifisch für dich diese Woche auch nochmal manifestieren, wenn wir unseren Wünschen folgen, unseren Desires, dann tun wir auch was für die Welt, ja. Auch wenn wir vielleicht meinen, ja, es ist doch mein Wunsch, ist das nicht egoistisch? Nein, weil dein Wunsch kommt ja von irgendwo her, dass du so solche Wünsche in dir trägst, hat ja das Universum auch in dich hineingesetzt, weil es damit ja auch dem großen Ganzen helfen möchte. Und das ist ganz wichtig, also auch hier eine schöne Karte, die da ist, die für dich für diese Woche. Dann machen wir mal weiter mit der Botschaft für alle, die sich von der Lila Blume angesprochen gefühlt haben. Da haben wir hier Aloha. Hoomalu, stille Phase für dich ist, mach eine Pause, lass Ruhe einkehren. Also, es darf ein bisschen ruhiger sein für dich, einfach mal auch ein bisschen pausieren, wie auch immer das aussehen mag, ja. Das heißt ja immer nicht, dass du gleich hier aus der Arbeit rausgehen musst oder sonst irgendwas, sondern vielleicht einfach immer wieder mal zu gucken, wo du für dich, ja, stille Phasen tatsächlich, so wie es hier steht, einbauen kannst oder Phasen, wo du einfach für dich bist. Von den Starseeds haben wir für dich Deep Cellular Healing, Arcturus Energy, Physical and Emotional Healing. Also, es gibt tiefe Heilung und das kann ich verstehen, gerade wenn es um so stille Phasen geht. Oft passiert ja dann auch ganz viel, dass Dinge einfach mal einsacken dürfen, einsinken dürfen in dein Sein und dadurch transformiert werden und noch tiefer geheilt werden dürfen. Und dann haben wir hier von El Moria, Awakening Presence, the Universe with you, wear a cloak of protection and love. Also, und auch hier, gerade wenn es um so stille Phasen geht und gerade um so Momente, wo Heilung stattfinden darf, erinnere dich daran, dass wirklich das Universum immer bei dir ist und immer für dich ist und es ist okay, dass du da begleitet wirst, ja. Was aber auch heißt, dass hier diese Awakening Presence da ist, also erwachende Präsenz, die mit dir gemeinsam erwachen möchte. Und von den Superattractor-Karten habe ich für dich. When I truly surrender my desires to the universe, a mighty force of faith can set in. Wow! Und das passend hier wieder zu diesen Ruhephasen und zu diesen Stille-Phasen. Wenn du nämlich hundertprozentig dich hingibst, dass du deine Wünsche hingibst, hundertprozentig zu dem Universum, dann kommt diese mighty force des Glaubens, des Vertrauens, ja, das sich dann einsetzt. Und wenn du nämlich im Vertrauen bist, dass das Universum dir deine Geschenke bringt, deine Wünsche erfüllt, das ist eine krasse Energie, die dadurch freigesetzt wird. Und wenn du dieser folgst, also eine schöne Erinnerung da dran, für dich wirklich im Vertrauen zu sein, ja, auch wenn du hier eine Ruhephase, ja, auch wenn die Karten sagen, mach mal Ruhephase, geh einfach ins Vertrauen, das Universum bringt dir, was du dir wünschst. Es ist auf dem Weg. Ja, dann haben wir hier für dich Aloha, Color, Freiheit. Alles ist möglich. Entschuldigung, jetzt sage ich hier, jetzt haben wir hier für dich. Und alle, die es sehen, haben gesehen, dass ich quasi die Karten für die Regenbogenblume in die Hand genommen habe. Also für die, die es zuhören nur, jetzt kommen die Botschaft für alle, die von der Regenbogenblume angesprochen wurden. Und zwar Color, Freiheit. Alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, alles ist fließend, mit allem verbunden. Sei frei, sei brillant. Color, Freiheit. Ich liebe Color, Color ist für mich immer das, eins der Prinzipien der HUNA-Philosophie, wo ich immer sage, nichts ist unmöglich, Toyota. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Werbung damals erinnert. Nämlich, alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, alles ist fließend, mit allem verbunden, ja. Also eine schöne Erinnerung für dich, es ist alles frei, du darfst alles loslassen. Und wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht möglich ist, könnte es vielleicht sein, dass du dich selbst einschränkst, dass du vielleicht denkst, es kann gar nicht möglich sein, ich darf sowas gar nicht. Also da hängen oft so ganz alte Glaubenssätze und Muster dran. Deswegen mach dir bewusst, alles ist möglich, ja. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist nicht möglich, guck dir diese Blockade an. Da steckt irgendwas dazwischen, was angeschaut werden möchte. Von den Starseeds habe ich für dich. All paths lead home. Inner Authority, Intuition, turn your gaze within. Also für dich nochmal die Erinnerung wirklich hineinzugucken, zu dir. Alle Wege führen nach Hause. Wo ist deine Intuition? Was sagt dein Gefühl? Wo möchte es hin? Das ist, genau da ist es, ja. Das anzuschauen, da ein Augenmerk zu haben diese Woche drauf. Und dann haben wir für dich auch noch von Horus Cosmic Gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Also auch hier, da verstehe ich auch gerade, warum diese Innenschau so wichtig ist und gerade da auch nochmal zu schauen, weil ich gerade die Color wieder hervorgeholt habe. Deine Gedanken sind magnetisch und kraftvoll, ja. Es sind, wie sagt man, wunderhafte Veränderungen passieren gerade. Ja, und wenn du gerade hier an die Color-Karte denkst, ja. Wenn du nämlich Gedanken hast, die dich selber aufhalten, dann ist das ja das, was angezogen wird, ne. Wenn du sagst, ich denke, ich kann etwas nicht, dann ist das das, was das Universum ja auch als Energie aufnimmt. Wenn du aber sagst, ich kann, dann hat das natürlich eine ganz, ganz andere Kraft. Also da dir das bewusst zu machen, auch nochmal zu gucken. Und ihr wisst ja immer, nicht nur die Gedanken, sondern auch deine Gefühle. Du sollst es ja fühlen können, ja. Also gerade, wenn wir so Gedanken verändern wollen, dann geht es wirklich oft darum, hineinzugehen und zu sagen, Moment, was wäre das Nächst Positive, was ich sagen kann, was ich aber auch fühle, ja. Weil wenn wir zwar etwas vom Gedanken her sagen, aber es nicht fühlen, wird es nicht, oder bringt es oft nicht so viel, ja. Das ist der Grund, warum bei manchen vermeintlich das Manifestieren nicht funktioniert. Dann haben wir hier von den Super-Attractor-Karten. I believe I'm worthy of feeling good. Schau mal, das passt auch hier zu unserem Portal-Tag. Also hier, da Augenmerk drauf haben, ob da eventuell was Besonderes passiert. I believe I'm worthy of feeling good. Nimm das mal tatsächlich für dich als Affirmation für diese Woche. Ich glaube daran, dass ich es wert bin, dass ich mich gut fühlen darf. Ich wiederhole das nochmal. Ich glaube daran, dass ich es wert bin, dass ich mich gut fühlen darf. Das ist doch eine schöne Affirmation für diese Woche und ist natürlich auch in Verbindung tatsächlich mit dem Portal-Tag eine schöne Erinnerung für dich, da reinzufühlen, dir bewusst zu machen, du bist es wert, dass du dich gut fühlen darfst. Du musst dann nicht auf jemand anderem achten oder sonst irgendwas. Also tun wir ja sowieso. Und das heißt auch nicht, dass du aufhören sollst damit. Aber desto mehr du dich gut fühlst, desto mehr Kraft hast du auch, den anderen zu helfen. Ja, du bist es wert, dass du dich gut fühlen darfst. Ja, und ganz ehrlich, und das ist halt das, wir müssen es sogar. Ja, als Empathen und Hochsensible müssen wir das, weil desto mehr wir uns gut fühlen, ja, desto mehr unterstützen wir einfach das große Ganze. Und ich weiß, ich habe jetzt gerade Muss gesagt, das sollen natürlich jetzt nicht alle unter Druck setzen. Ganz ehrlich, wir haben alle mal unseren schlechten Tag. Aber für die, die sich schlecht fühlen, weil sie einen guten Tag haben, denk dran, du bist es wert, dass du dich gut fühlen darfst. Und wenn du die Regenbogenblume dich angesprochen hast, dann wird das ein Punkt sein, der vielleicht diese Woche, ja, worauf du ein Augenmerk setzen darfst. Meine Lieben, das war es heute schon. Ich glaube trotzdem, ein paar wichtige Botschaften sind da für jeden und jede dabei, die wichtig sind, worauf wir achten dürfen diese Woche. Ich hoffe, dass es energetisch einfach ein bisschen entspannter wird als die letzten Wochen. Aber wir haben auch noch mit den Nachwehen zu tun. Deswegen seid wie immer achtsam mit euch selbst, seid liebevoll mit euch selbst und wie immer, surf your energy wave, baby. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.